Mein Name ist Arnulf Quart, ich bin Professor für experimentelle Elementarteilchenphysik an der Uni Göttingen und im Vorstand der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit. Die Innovation ist PIA Physik im Advent, ein physikalischer Adventskalender, bei dem es jeden Tag im Dezember ein kleines physikalisches Experiment gibt, das wir mit einem YouTube-Film vorstellen, das man mit haushaltsüblichen Materialien durchführen kann, nachmachen kann, beobachten und ausprobieren kann. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die können dann ihre Antwort per Multiple Choice auf unserer Webseite eintragen. Am nächsten Tag gibt es die Auflösung wieder als YouTube-Video und eine neue Aufgabe. Und zu Weihnachten kann dann jeder eine Urkunde runterladen mit bis zu 24 Punkten und wir verlosen dann Preise unter den besten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Kategorie Einzelperson, in der Kategorie Schulklasse oder ganze Schule. Ja, die Hauptzielgruppe sind Schülerinnen und Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir wissen aber, dass auch Lehrkräfte sehr stark an dem Programm interessiert sind und davon profitieren, genauso wie Eltern und Erwachsene. Physik macht allen Spaß, Physik im Advent ist für alle da, dieses Jahr auch für Flüchtlinge. Untertitelung des ZDF, 2020